Regensburg Achim Bayer Lorzer war voll des Lobes für sein Team, sowie seinen doppelten Tor-Worbereiter, und utete sich auf der Pressekonferenz als Klub-Fan. Neben hoher Laufintensität kam beim Jan auch das spielerische Moment nicht zu kurz, zudem präsentierte sich das Team Clemere und Unterband auf Kosten einiger gelber Karten so manches Umschaltspiel des fränkischen Rivalen. Ich bin mit dem Auftreten meiner Mannschaft zufrieden, ich bin mit dem Punkt-Gewinn zufrieden, lautete Bayer Lorzers Kurz-Fazit nach der Partie. Ein Sonderlob erhielt Aldion Brinezzi, schließlich hatte der quirlige Flügelflitzer beide Tore des SSV vorbereitet. Er hat ein hervorragendes Spiel absolviert, so Bayer Lorzer, der damit es eine Derby angesichts des bevorstehenden gegen Ingolstadt auch gleich wieder abhackte. Und jetzt machen wir am Freitag weiter, so der 50-Jährige. Dann zeitgleich mit dem FCN, der um 18.30 Uhr bei Union Berlin antritt. Dabei fiebert Bayer Lorzer quasi aus der Ferne mit, denn bei der Pressekonferenz ließ der Jan Kutsch, der 20 Kilometer vom Nürnberger Stadion entfernt wohnt, wissen. Ab jetzt drücke ich übrigens wieder die Daumen für den Klub. . .